Die Beta ist vorbei inzwischen seit einer Woche und wir haben trotzdem noch zwei Monate zu warten, bis das Spiel rauskommt. Und zur Überbrückung habe ich mir gedacht, dass ich eine Videoreihe rausbringe über Diablo 4 Basics. Ich werde also über alle möglichen Mechaniken reden, über Statuseffekte und NPCs und so weiter. Und heute in dem Video geht es los mit Barriere, Rüstung, Stehlung, also alles was so ein bisschen defensiv ist. Ich werde außerdem jetzt ungefähr zweimal pro Woche ein Video rausbringen zu Diablo 4. Es werden dann auch im Mai noch Let's Plays veröffentlicht, das habe ich auch schon mal erwähnt. Und auch noch ein paar Guides kommen dann raus und auch allgemeine Tipps kurz vor Release. Und heute im Video geht es jetzt los mit Punkt 1, Barriere. Das ist ganz simpel, einfach ein Schutzschild, was über eure HP-Kugel drübergelegt wird. Und die Barriere wird immer erst angegriffen und danach, wenn die Barriere weg ist, geht es auf euer Leben. Aber was hier interessant ist, Barrieren kann ich ja aus unterschiedlichen Quellen bekommen. Beispielsweise habe ich zwei verschiedene Skills, die mir beide Barriere geben. Oder ich habe einfach einen legendären Aspekt, der mir Barriere aufbaut durch irgendwas. Und die Barrieren werden parallel getrackt. Ich kann also verschiedene Barrieren gleichzeitig haben. Das sehen wir hier auch bei den Bildern, denn links oben habe ich eine doppelte Barriere, nenne ich das jetzt mal. Und rechts oben habe ich nur eine einfache Barriere. Da ist also ein deutlicher Unterschied zu erkennen. Und links unten sehen wir, wie das dann aussieht, wenn sich die zweite Barriere gerade aufbaut. Das heißt, da habe ich die erste Barriere schon voll und eine andere Barriere ist aber gerade auch noch am steigen. Und die Barrieren haben eine Laufzeit. Auch wenn ich keinen Schaden bekomme, ist die Barriere irgendwann weg. Und die Laufzeiten, und das ist nämlich jetzt interessant, die werden für jede Barriere einzeln getrackt. Also auch wenn ich eine zweite Barriere aufbaue, wird die Laufzeit der ersten Barriere, die schon aktiv ist, nicht verlängert. Sondern die läuft dann auch aus, obwohl ich schon eine zweite Barriere habe. Das ist also ziemlich wichtig für alle Builds, die halt mit Barriere arbeiten. Die vielleicht davon ausgegangen sind, dass sie ihre Barriere immer höher und höher und höher bekommen. Aber so ist es nicht, weil die halt auch auslaufen, obwohl er die immer wieder neu macht. Das ist also ganz wichtig. Dann Punkt 2 in diesem Video, Rüstung. Hier gibt es ein bisschen mehr zu erzählen. Erstmal ist Rüstung in Diablo 4 extrem wichtig. Im Vergleich zu Diablo 2 zum Beispiel. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie es bei D3 war. Aber in D2 ist Rüstung ziemlich egal, weil die da die Ausweichchance gibt, wenn ihr geht oder stillsteht. Das ist also ziemlich nutzlos. Aber in Diablo 4 reduziert Rüstung generell euren Schaden, den ihr bekommt. Egal, ob ihr stillsteht oder rennt. Und der physische Schaden wird erstmal reduziert, auch über Zeit, wie zum Beispiel Blutungsschaden. Und dann entsprechend eurem Rüstungseffekt wird aber auch sämtlicher nicht-physischer Schaden reduziert. Also Elementarschaden, Blitzfeuer, Schatten und so weiter. Der Rüstungseffekt steht auch ein bisschen weiter unten. Und zwar haben wir hier 50%. Das ist der Basis-Rüstungseffekt. Ich weiß nicht, ob man den doch noch irgendwie steigern kann. Ich glaube nur, dass sie den hingeschrieben haben, weil der in PvP sich anders verhält. Aber ich habe noch keine Quelle gefunden oder einen Skill oder einen Aspekt, der diesen Rüstungseffekt erhöht. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel jetzt so viel Rüstung habe, dass ich 10% physischen Schaden reduziere, dann würde ich meinen nicht-physischen Schaden um 5% reduzieren. Ganz simpel. Aber die Widerstände, die kann man auch einzeln nochmal steigern. Das wird alles dann miteinander verrechnet. Zu den Elementarwiderständen komme ich auch gleich nochmal. Jetzt erstmal weiter zur Rüstung. Im PvP fällt die sich anders, wurde gerade gesagt. Und hier sehen wir das, nämlich der Rüstungseffekt im PvP ist bei 65%. Außerdem habe ich eine viel, viel höhere Schadensreduktion im PvP. Bei mir hier in dem Fall waren das 93%. Leider steht da relativ wenig dazu. Zum Beispiel steht da gar nicht, ob die Rüstung den PvP-Wert überhaupt beeinflusst. Ich gehe schon davon aus. Aber ich habe es leider nicht getestet in der Beta und jetzt kann ich es nicht mehr testen. Und außerdem weiß ich hier auch nicht, ob es einen Basiswert gibt von zum Beispiel 90% oder so. Und vielleicht sind die 3% dann durch meine Rüstung gekommen. Das kann ich jetzt hier gerade nicht nachvollziehen. Das werde ich dann erst zum Release rausfinden. Auf jeden Fall ein sehr hoher Wert im PvP. Das war auch in Diablo 2 schon so. Damit das dann irgendwie ein sinnvolles System wird und man nicht immer mit jedem Spell sofort stirbt, ist das halt für PvP dann immer ein bisschen anders. Dann wurden im Quartalsupdate solche Charts hier geteilt. Wirkt erstmal kompliziert, aber ich erkläre das mal. Das ist nämlich ganz simpel. Hier steht Schadensreduktion von erwarteter Rüstung. Und das hängt vom Spielerlevel ab. Damit meinen die, dass wenn ich zum Beispiel Level 40 bin, ich halt auch einfach Items gerade trage, die getroppt sind bei einem Level 40 Gebiet. Also einfach die Rüstung, die man normalerweise beim Durchspielen so hat. Und die wird dann immer mehr. Das ist die Y-Achse. Also wenn ich mit Level 1 meine erwartete Rüstung habe, bin ich bei 13%. Schadensreduktion mit Level 100 wäre ich aber schon bei ungefähr, ich glaube 42 oder 41% sind das hier. Das heißt also die Schadensreduktion, die steigt, wenn ich meinen Gear immer wieder austausche. Der Sinn dahinter ist vermutlich einfach, dass die Schadenszahlen nicht so hoch sind. Das war zumindest von den Devs eine Begründung. Allerdings haben wir in der Beta auch schon 300.000er Hits gesehen. Also werden wir garantiert im Endgame wieder im Millionenbereich landen. Was ich nicht ganz so geil finde. Ich verstehe nicht, warum man so eine hohen Zahlen da immer erreichen muss. Das geht auch mit niedrigen Zahlen. Der zweite Chart ist die Schadensreduktion, die pro Punkt in Rüstung dazugerechnet wird. Und das abhängig vom Spielerlevel. Und das hier besagt, dass die Rüstung, wenn ich jetzt mit einem Level, mit Level 1 oder mit Level 20, 2000 Rüstung habe und ich habe mit einem höheren Level immer noch genau dieselbe Rüstung von 2000, dann habe ich weniger Schadensreduktion. Also die Rüstung wird weniger effektiv, je mehr Level ich habe. Ich muss also dann dringend meine Rüstung auch wirklich steigern mit diesem Gear, was halt gerade dann in dem Gebiet droppt, wo ich farme. Also man darf sich dann nicht auf seinem Gear zu lang ausruhen. Man sollte schon auch die Rüstung immer weiter steigern, sonst ist man irgendwann tot. Und das hier sagt einfach nur, dass das Spielerlevel den Effekt reduziert von der Rüstung. Trotzdem, der erste Chart ist ja auch noch relevant. Ich kann mehr Schadensreduktion erreichen mit höherem Level und gleichzeitig wird aber jeder Punkt in Rüstung weniger effektiv. Das heißt, ich muss wirklich immer mehr und mehr und mehr Rüstung bekommen. Ich bekomme also nicht mit alle 10 Level 1000 Rüstung mehr, sondern vermutlich muss ich dann, ist das so eine exponentielle Kurve. Also die Rüstung, die steigt dann exponentiell auf den Items. Aber das ist jetzt erstmal relativ egal. Und der dritte Chart war das Angreiferlevel. Also wie viel Rüstung habe ich, wie viel Schadensreduktion habe ich gegen Angreifer mit dem Level X. Und hier haben sie als Beispiel genommen, dass man 2000 Rüstung hat und je höher das Angreiferlevel ist, desto weniger Effekt hat meine Rüstung. Es spielt also nicht nur mein eigenes Level eine Rolle, sondern auch das Angreiferlevel. Das heißt, wenn ich mit Level 20 in ein 30er Gebiet gehe, dann sind die Monster dort nicht nur ein höheres Level, sondern haben auch, also meine Rüstung hat dann auch weniger Effekt gegen diese Monster. Es wird also dann bestimmt relativ schwer. Und hier sieht man auch nochmal, dass bei 2000 Rüstung bei dem niedrigen Level, dass da 85% einfach eine waagerechte Linie ist. Könnt ihr mir vorstellen, dass einfach die 85% das Maximum sind in PVM, weil es ja auch schon ein sehr hoher Wert ist, den man bestimmt nicht erreicht später. Aber mal schauen, da lasse ich mich überraschen. Also das sind einfach die Sachen, die man wissen muss. Angreiferlevel spielt eine Rolle, das Spielerlevel spielt eine Rolle und die Rüstung muss immer schön weiter nach oben gehen, damit ich auf die 40% oder mehr komme am Ende. Dann gehen wir zu Punkt Nummer 3 und zwar Stehlung. Stehlung ist ein Effekt, der, ich glaube beim Barbar ist er definitiv und ich glaube beim Droiden. Ich weiß nicht, ob ich auf anderen Charakteren schon mit Stehlung zu tun hatte, wenn dann über legendäre Aspekte. Aber beim Barbar und beim Droiden auf jeden Fall relevant. Und zwar gibt es einmal die Stehlung an sich. Die baut ihr auf durch eure Skills. Das steht dann da, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr zuhaut, 10 Stehlung oder so bekommt. Und wenn ihr dann mehr Stehlung als Leben habt, dann werdet ihr gestehlt. Und gestehlt heißt, dass ihr dann 10% weniger Schaden bekommt. Und diese 10% kann man auch erhöhen durch Paragon-Punkte oder Items. Es kann also auch sein, dass ihr später da mal eine 30% oder so stehen habt. Hier bei dieser Beschreibung, dieser Screenshot ist ja aus dem Skillbaum. Und dort seht ihr immer nur diesen Basiswert. Zum Beispiel bei Verletzt oder wie heißt das? Ne, Verwundbar steht ja immer, die bekommen 20% mehr Schaden. Aber das ist nur der Basiswert. Ihr müsst dann in euren Charakterstatistiken mal nachschauen, wie viel es wirklich ist. Denn nur dort seht ihr die aktuelle Zahl. Und zur Stehlung muss man dann noch wissen, wie das eigentlich aussieht. Und zwar sieht man links in Bild 1, dort baut sich gerade die Stehlung auf. Und zwar ist das auch wie bei einer Barriere, einfach so eine Schicht, die sich über eure HP-Kugel drüberlegt. Das ist aber nicht dieser rote Rahmen im ersten Bild. Der steht für einen anderen Status. Und zwar steht er für den Status Gesund. Und den erkläre ich noch in einem anderen Video. Aber der ist hier für die Stehlung erstmal irrelevant. Es geht also wirklich nur um diese, über diese glasige Schicht oder wie ich, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, die sich über die HP nochmal drüberlegen. Und wie ich erkenne, ob ich gestehlt bin, das wäre dann das Bild Nummer 2. Dort sind nämlich meine Hitpoints unter diese Stehlung gedroppt. Und dann sieht das so aus. Und Bild 3 ist einfach ein normaler HP, eine HP-Kugel. Und damit ihr einfach mal den Vergleich habt, zwischen 2 und 3, also gestehlt, erkennt man ziemlich schwer, finde ich. Die HP-Bar, also diese Kugel, die ist einfach ein bisschen kräftiger. Und am Rand vor allem leuchtet sie ein bisschen rot. Aber wichtig, dieser rote Rahmenbild 1 hat nichts mit Stehlung zu tun. Denn das habe ich am Anfang auch gar nicht gecheckt. Ich musste mir das alles irgendwie ein bisschen selbst zusammenreimen. Und ich hoffe, dass euch das hier etwas hilft, dann das einfach mal so erklärt zu bekommen. Mir hätte es auf jeden Fall was gebracht. Und es gibt es so in der Form auch auf YouTube noch nicht, wie das mit der Stehlung funktioniert. Vielleicht ist es auch einfach für die meisten selbsterklärend gewesen. Für mich war es das aber nicht. Ich musste da erstmal ein bisschen rumforschen. Und zuletzt in dem Video, einfach weil die Frage öfter kam, kann man ausweichen in D4? Ja, es gibt eine Ausweichchance. Und die funktioniert genauso, wie man sie sich vorstellt. Also bei direkten Schaden kann man einfach komplett ausweichen. Und die ist komplett abhängig von eurem Geschick. Also je mehr Geschick, desto mehr Ausweichchance habt ihr. 0,025% ausweichen pro Eingeschicklichkeit. Das heißt 100% Geschicklichkeit wären 2,5% Ausweichchance. Vermutlich natürlich auch dann wieder durch irgendwelche Paragonpunkte oder so kann man sie steigern. Und zuletzt kommen wir nochmal zu den Elementarwiderständen. Und dort funktioniert das in Diablo 4 auch ein bisschen anders, als ich das jetzt zum Beispiel von Diablo 2 kenne. Zum Ersten, die einzelnen Elementarwiderstände bilden nur 50% der Reduktion und der Rest entsteht durch die Rüstung. Hier in dem Fall bei 37,4% Blitzwiderstand würde das heißen, dass nur die Hälfte ankommt und das sind 18,7%. Hätte ich jetzt zum Beispiel eine Rüstung, die meinem Charakterlevel entspricht oder so, könnte es sein, dass ich dann auch nochmal 18,7% durch die Rüstung dazu bekomme oder mehr oder weniger, je nachdem wie viel Blitzwiderstand ich halt gerade so habe. Auf jeden Fall sind das diese zwei Komponenten, die dann am Ende zusammen addiert werden. Dazu kommt noch der letzte Satz, wenn der Wert steigt, werden zusätzliche Boni weniger effektiv. Damit ist einfach nur gemeint, dass die Blitzwiderstände multiplikativ stacken, während in Diablo 2 das zum Beispiel additiv gestackt hat. Das heißt, additiv, wenn ich ein Item habe mit 50 Blitzwiderstand und eins mit 20, habe ich am Ende 70 Blitzwiderstand. Das wird einfach nur zusammen addiert. In Diablo 4 wird das aber nacheinander verrechnet. Das sieht dann so aus, Beispiel 1, wieder 50 und 20. Am Ende würde dann rauskommen, dass ich 60% Widerstand habe und nicht 70. Im Kopf kann man das ganz einfach rechnen, indem ich das nacheinander auf einen fiktiven Schadenswert rechne, wie zum Beispiel 100, also bei 100 Schaden bleiben nach den ersten 50% noch 50 Schaden übrig. Danach berechne ich erst nochmal die 20% vom Item 2 und dann würden 40 übrig bleiben, weil nochmal 10 reduziert werden. Also kommen am Ende 40 Schaden von 100 Schaden durch. Da sind wir genau bei diesen 60%. Die Formel sieht dann so aus. 50 plus 100 minus 50 in Klammern mal 0,2. Und bei Beispiel 2 sehen wir nochmal, was das für einen Effekt hat, wenn ich schon sehr viel Widerstand habe. Zum Beispiel 80 durch Item 1. Wenn dann 20 nochmal durch Item 2 dazukommen, bin ich am Ende gerade mal bei 84. Es kommen also effektiv nur 4% nochmal obendrauf. Der Absolut Schaden ist also bei den ersten 20%, die ich bekomme. Wenn ich gerade zum Beispiel 0% habe und danach 20, dann würde der Schaden, wenn ich 100 bekomme, um 20 reduziert werden. Und am Ende nur noch um 4. Trotzdem wäre es schon so, dass ich natürlich den aktuellen Schaden um 20% reduziere. Ich bekomme ja nur noch 20% Schaden von 100, wenn ich dieses Item 1 hier trage. Und danach würde ich 16 bekommen. 16 sind genau 20% weniger als 20. Also man bekommt schon diese 20% weniger. Allerdings ist halt der Absolutwert einfach deutlich niedriger, wenn man schon sehr viel Resis hat. Und dann würde das bedeuten für das Item, dass man lieber dann noch eins nimmt mit mehr Rüstung oder eins mit anderen Widerständen, weil man vermutlich durch Kältewiderstand halt nicht mehr dann stirbt. Das ist aber sehr wichtig, dass man das einmal verstanden hat, wie das funktioniert, damit man sich am Ende dann nicht wundert. Und vor allem das mit der Rüstung, das fand ich nochmal sehr interessant, dass wirklich die Widerstände nur die Hälfte ausmachen und die Rüstung dann die andere Hälfte. Also ein paar interessante Sachen. Und das war es mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, da waren ein paar Sachen dabei, die ihr noch nicht wusstet. Und dass ihr dann natürlich auch die weiteren Videos schaut, die noch rauskommen zu den ganzen kleinen Mechaniken. Mir macht das auf jeden Fall immer sehr viel Spaß. Und das zeigt auch schon so ein bisschen, wie komplex am Ende das Spiel wird. Denn bei jeder Mechanik, wo man am Anfang denkt, das ist ja was ganz Simples, steckt dann doch immer ein bisschen mehr dahinter, wie man erwartet hat. Wie zum Beispiel bei den Barrieren, dass die alle dann so parallel laufen. Und ich bin ja jemand, der sich dann einfach immer bis ins letzte Detail mit allen Sachen beschäftigen will, um einfach das auch komplett zu verstehen. Das ist halt wichtig, wenn man dann seine eigenen Builds entwirft. Denn nur wenn man sich mit allen Mechaniken richtig auskennt, kann man da auch dann die richtigen Entscheidungen treffen, wenn es um Paragon-Punkte geht. Wenn ich jetzt eine Entscheidung treffen muss, will ich noch mehr Stärke oder lieber Rüstung oder lieber Widerstände oder lieber einen Effekt wie Berserker-Modus und so weiter und so fort. Das war's, macht's gut, bis zum nächsten Video. Planmäßig jetzt immer zwei pro Woche.